Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute Abend startet der PTR für Season 6 schon, denn es ist nur noch einen Monat hin, bis Season 6 und dann auch der DLC erscheint. Am 10.10. ist soweit, also nach gut einem Monat und ein paar Tage. Und ich hatte gedacht, wir werden heute mal alles durchgehen, was wir im letzten Campfire Chat erfahren haben. Alles, was es im PTR gibt und das wird bestimmt ein langes Video. Ich werde mit euch durch alles durchgehen, durch die wichtigen Sachen. Wir werden jetzt nicht über jede Balance Änderung reden, aber nach dem Video solltet ihr auf jeden Fall einen kompletten Overview haben, was mit Season 6 und dem DLC alles geändert wird, weil das ist unfassbar viel. Deswegen nehmt euch ein kühles Getränk, lehnt euch zurück und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten. Es gibt nämlich einen Kommentar von einem Entwickler und das ist auch etwas, was ich schon vor langem gesagt habe. Wenn ihr euch zurückerinnert oder an die, die Diablo 4 zu Beginn gespielt haben, werden sich daran erinnern, dass es am Anfang eher so war, dass man von Level 0 bis Level 100, das war im Prinzip das Spiel und es war gar nicht so drauf ausgelegt, auf Level 100 noch weiter zu spielen. Nein, da werden mir die alten Spieler bestimmt alle zustimmen. Es war unfassbar schwierig, alleine von Level 99 auf Level 100 zu kommen, beziehungsweise es war sehr langwierig. Und das sagt auch der Entwickler, es war eher die Idee, die Journey zu haben von Level 0 bis 100 und that's it. Und im späteren Verlauf mit den Seasons ist dann erst klar geworden, okay, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil wir ja den Endgame Loop haben wollen und da macht es keinen Sinn, erst von Level 0 bis Level 100 diese Journey zu haben. Weltstufe 3 hat sich nicht belohnt angefühlt und, und, und. Und deswegen gab es überhaupt diese ganzen Änderungen, wo wir jetzt sehr, sehr, sehr viel schneller leveln können und mit dem ganzen Endgame Stuff. Das vorweg schon mal als kleine, ähm, Erinnerung, wieso sich so viel ändert und auch geändert hat. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein mit den Leveln und dem Paragon Board, weil da hat sich im Prinzip alles geändert. Ich glaube vorab ist wichtig zu sagen, dass alle die Diablo 3 gespielt haben, das ein oder andere wiederkehrende hier sehen werden, weil direkt vorab das Paragon System wird jetzt immer Rhyme übergreifend sein. Das heißt für alle Season Charakter haben alle die gleichen Paragon Punkte und auch im Eternal haben alle Charakter den gleichen, das gleiche Paragon Level wie der höchste. Das ist ähnlich wie aus Diablo 3, bedeutet wenn ihr jetzt am Anfang des Season mit einem Druiden reingeht und den, äh, hochballert und dann einen weiteren Charakter stellt, dann hat er direkt das gleiche Paragon System wie der Charakter davor. Ist also genau diese Abänderung von, wie es auch in Diablo 3 ist. Wir haben unsere Hauptstufen, das ist bei jedem Charakter dann immer bei 0 und dann die Paragon Punkte, das ist dann immer overall für alle. Wie aus dem League bekannt wird es so sein, dass es 60 Charakterstufen geben wird, plus 10 Punkte, die man extra verdienen kann. Wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus hier, durch die Belohnungen im Fortschritt der jeweiligen Ländereien. Und ab Stufe 60 geht es dann los, dass ihr für das Paragon Board Erfahrungen sammelt. Finde ich auf jeden Fall sehr. Und ich glaube das ist mit der größte Change, die Qualstufen werden geändert. Äh, bislang gab es ja Weltstufe 1, 2, 3, 4. Das wird sich, äh, wird umgeändert in die Stufen Normal, Schwer, Räumütig und Experte. Wobei Normal und Schwer ist immer sofort freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr ein neues Season startet oder jetzt das Game startet, könnt ihr sofort Normal oder Schwer, quasi Weltstufe 1 und 2, äh, nutzen. Experte wird ab, äh, wird freigeschaltet, sobald ihr den Prolog freigeschaltet habt. Und Räumütig wird ab Stufe 50 freigeschaltet. Ich bin sehr gespannt, ob es dafür immer noch Dungeons gibt oder so. Steht jetzt hier nicht so, sondern man muss nur den Prolog bzw. Level 50 sein. Ich bin ganz ehrlich, Leute, und ich glaube, da werden mir die einen oder anderen zustimmen. Der Cap-Dungeon war eine coole Idee, aber, ey, nach dem 10. 20. Mal hat man echt keinen Bock mehr auf diesen Cap-Dungeon. Vor allen Dingen der Cap-Dungeon von 2 auf Weltstufe 3, der war echt immer sehr, sehr nervig mit Kille alle Gegner. Äh, da bin ich sehr froh, dass das jetzt anders gelöst wird. Und, äh, diese neuen Schwierigkeitsstufen, äh, drin sind. Jede höhere Schwierigkeitsstufe gibt natürlich mehr Gold, mehr Erfahrung und, äh, besseren Loot. Das ist natürlich, äh, klar. Deswegen macht es natürlich Sinn, am Ende nur reumütig zu spielen. Ist ja auch so, dass niemand gerade auf Weltstufe 1 rumläuft, sondern natürlich dann auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Damit einhergehend gibt es Änderungen zur Grube, Änderungen zur Rüstung und zu den Widerstandswerten. Das lassen wir mal eben weg, um ein bisschen Zeit zu sparen. Es wird so wie jetzt auch sein, dass ihr mit Progress und mehr Stärke natürlich auch die höheren Sachen freischaltet. Und umso höher ihr seid, umso mehr Defizit bekommt ihr in der Rüstung und in den Widerständen. Als Beispiel, ähm, Qual 4 gibt minus 1000 Rüstung und minus 100% auf alle Widerstände. Einfach, damit ihr das mal gehört habt, äh, dass sich da was ändern wird. Das ganze Glyphensystem wird sich ändern. Ihr werdet keine, äh, Dungeons mehr laufen müssen, um eure Glyphe mit Erfahrung zu leveln. Und umso höhere Stufen ihr lauft, umso mehr Erfahrung bekommt ihr. Sondern das wird ähnlich sein, wie auch in Diablo 3. Wenn ihr eine Grube abschließt, das ist übrigens auch mein Call gewesen, schon vor Monaten. Finde ich sehr cool, dass das jetzt so über Umwege reinkommt. Wenn ihr eine Grube abschließt, dann könnt ihr eure Glyphen leveln. Dieses leveln ist aber nicht zu 100%. Erinnert euch zurück in Diablo 3, wo man auch seine Schmuckstücke, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Name war, ist schon etwas länger her bei mir. Aber wo man das hochleveln konnte und ähnlich wird es jetzt hier sein. In der Grube, wenn ihr sie abgeschlossen habt, könnt ihr eure Glyphe leveln. Insgesamt gibt es dann immer drei Versuche, den Glyphen Rang aufzuwerten. Und später gibt es dann noch einen Versuch mehr, wenn ihr den Werkmeister die Mission abgeschlossen habt. Aber das ist dann nochmal Zukunftsmusik, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Die Wahrscheinlichkeit, eine Glyphe aufzuwerten, ist natürlich daran gekoppelt, wie hoch die Grube ist. Das heißt, umso höher das Grubenlevel ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, um auch die Glyphe aufzuwerten. Ich denke mal, das wird so ein Pendel sein zwischen Glyphe Level 1 und Grubenstufe 1. Und wenn ihr die Glyphe dann höher leveln wollt, müsst ihr auch eine höhere Grubenstufe machen. Da werden wir dann bestimmt im PTR reinschauen können. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab, da bin ich heute Abend, sobald es live geht, online. Und werfe das Ganze angucken, da bin ich ultra gespannt drauf. Auch eine sehr coole Neuerung, jede Klasse wird ein neues Paragon Board bekommen. Da haben wir ja schon lange drüber philosophiert, dass das auf jeden Fall wichtig ist. Und jede Klasse wird ein neues Paragon Board bekommen. Ich werde einfach mal ein Bild einblenden, wo ihr die sehen könnt. Jetzt sind hier gerade nur die fünf Normalklassen angezeigt und nicht die neue Klasse. Ich denke mal, die neue Klasse hat einfach vom Start weg dann so viele Tafeln wie jetzt jede Klasse. Sehr, sehr cool, dass wir hier ein neues Paragon Board bekommen. Jedes Paragon Board natürlich auch mit einem neuen, legendären Knoten. Da bin ich sehr gespannt, was die alle können. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das schauen wir uns dann an, wenn ich entweder heute Abend im PTR bin oder wenn dann Season 6 am Start ist. Was ich auch krass finde, ist, dass man insgesamt nur noch fünf Paragon Tafeln insgesamt anschließen kann. Es war ja früher so, dass man bestimmte Builds hatte, wo man Pfade gegangen ist über sieben, acht Tafeln. Das wird es nicht mehr geben. Es wird so sein, dass man sich auf fünf Tafeln beschränken muss. Und das gibt wahrscheinlich dann auch nochmal sehr viel Variety in den verschiedenen Builds, weil man sich halt, wie gesagt, auf fünf Tafeln festlegen muss, einschließlich natürlich der Einführungstafel. Das heißt, ihr habt die erste Tafel und dann noch vier weitere. Bin ich sehr gespannt, ob das eventuell später nochmal aufgebrochen wird. Klingt nämlich im ersten Moment etwas wenig. Die Paragon Board, die Paragon Punkte wurden nämlich auch erhöht von 200 auf 300. Also ich könnte mir vorstellen, dass später die Paragon Boards einfach full sind. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann in Wirklichkeit aussehen wird, wenn wir dann die Builds bauen. Es gibt wieder Anpassungen an den ganzen Gegenstandsmachtsystem, auf den Waffen, Heilig und Vermacht und so weiter. Da will ich auch nicht zu weit zu viel drauf eingehen. Ich werde euch einfach auch mal auf Deutsch die Patch Notes unten verlinken, wenn ihr das nochmal selber nachlesen wollt. Das ist nicht so spannend. Es gab schon so oft Änderungen zur Gegenstandsmacht und es war nie so ein krasser Impact aufs Spiel, dass man irgendwie drauf geachtet hat. Es wird wieder so sein, dass man so schnell wie möglich natürlich, umso mehr Gegenstandsmacht man hat, umso stärker ist das Item. Deswegen lassen wir das aus Zeitgründen auch mal weg. Und jetzt gehen wir rein ins nächste Thema und das sind die Fähigkeiten. Weil jede Klasse wird eine neue Fähigkeit bekommen. Das werde ich heute Abend im PTR, ich hoffe, dass es schon drin ist, sofort ausprobieren. Ähm, da gehe ich jetzt auch nicht so viel drauf ein. Ich werde es euch einfach einmal vorlesen. Der Barbar kriegt eine neue Fähigkeit, mächtiger Wurf, Waffenbeherrschungsfertigkeit. Ist übrigens auch etwas, was ich vor ein paar Monaten mir gewünscht habe, dass die Charakter sich alle von Season zu Season sehr gleich angefühlt haben. Ähm, jede Season, also es gab halt nur eine beschränkte Anzahl an Möglichkeiten von Builds. Und ich habe mir schon lange gewünscht, dass es einfach neue Fähigkeiten gibt. Und das kommt jetzt rein. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass wir einmal im Jahr, einmal im halben Jahr vielleicht auch jeweils immer wieder eine neue Fähigkeit bekommen. Also Barbar, mächtiger Wurf, Waffenbeherrschungsfertigkeit mit 12 Sekunden. Abklingzeit schleuert eure Waffe, die beim Aufprall 60% Waffenschaden verursacht und im Boden stecken bleibt. Während sie im Boden steckt, pulsiert eure Waffe und verursacht 4 Sekunden lang jede Sekunde 20% Waffenschaden. Ich bin gespannt, ob man dann währenddessen auch noch weiter angreifen kann. Auf jeden Fall sehr cool. Ist wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie der Sprung beim Barbar, nur dass die Waffe dann da hingeschleudert wird. Äh, bin ich, ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gibt hier ein kleines Gift dazu. Blende ich euch einfach mal mit ein. Druide, da bin ich natürlich sehr gespannt. Druide ist ja Main bei mir. Steinsalve, Erdkernfertigkeit, 30 Geisteskraft, klingt jetzt schon geil. Platziert Steine unter euren Gegner und jagt sie in die Luft, um 80% Waffenschaden zu verursachen. Beim Kanalisieren verursacht ihr 20% Waffenschaden und es vergrößert sich das getroffene Gebiet nach einer Sekunde bis zu 400%. Okay, mal 4, wieder ein Gift mit dabei. Oh, das sieht sehr cool aus. Das sieht mega cool aus, bin ich sehr hooked. Totenbeschwörer, Seelenriss, ultimative Fähigkeit, verderbt Gegner in der Nähe 8 Sekunden lang und fügt ihnen 65% Waffenschaden pro Sekunde zu, reißt Gegner in der Nähe alle 0,25 Sekunden regelmäßig ihre Seelen raus und absorbiert sie, um 2 Essenz zu erzeugen und um 5 Sekunden eine Bäre für 2% eures maximalen Lebens zu gewähren. Okay, sieht auch sehr spannend aus als Ult, kann ich mir gerade noch nicht so doll vorstellen. Gerade der Knochensturm ist natürlich, was variety mäßig angeht, natürlich cooler. Dazu muss man natürlich sagen, dazu können natürlich auch neue Unix kommen, die das Ganze nochmal abändern und verbessern. Äh, ja, das ist das vom Totenbeschwörer. Jäger, Tanz, der Messer, Halsabschneider, Wendigkeitsfertigkeit, hat 6 Aufladungen, 1 Sekunde Abklingzeit. Ihr haltet beim Kanalisieren um 20% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, 10% Ausweichchancen und feuert Messer auf Gegner in der Nähe ab, die 42% Waffenschaden verursacht. Und das sieht unfassbar cool aus und er hat mich auch sehr doll an Diablo 3. Der dreht sich, ihr könnt euch weiterhin bewegen und durch die Gegner durchrasen. Das sieht sehr, sehr cool aus, da habe ich übel Bock drauf. Also das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Zauberer, Vertrauter, Beschwörungsfertigkeit, 3 Aufladungen, 12 Sekunden Abklingzeit. Beschwört 8 Sekunden lang einen Vertrauten des Elements eurer zuletzt gewirkten Fertigkeit. Der Vertraute verfolgt regelmäßig Gegner und explodiert, wodurch er 50% seines Elementarschans in einem Gebiet verursacht. Es können 6 Vertraute gleichzeitig beschworen werden. Oh, das ist auch mega, mega cool. Das GIF sieht auch spannend aus. Okay, bin ich auch gespannt. Und es gibt 5 neue passive Fertigkeiten für jede Klasse. 5 neue passive Fertigkeiten für jede Klasse. Das heißt, jede Klasse 5 neue Fertigkeiten. Das ist ja crazy. Ich gucke mal durch, ob mir irgendwas auffällt, was extrem krass ist. Auf jeden Fall sehr cool, dass jeder Charakter noch 5 passive bekommt. Das ist crazy. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf ein paar mystische neue Items, wo wir bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. So viel zu den Fähigkeiten. Und dann Leute, kommen wir zu einem Ding. Das ist Mindblowing. Es kommen Runenwörter zurück. Ihr kennt das vielleicht noch aus Diablo 2. Runenwörter konnte man mit verschiedenen Steintafeln in euren Items, in euren Waffen, in euren Rüstungen sockeln. Und daraus verschiedene Runenwörter kombinieren. Und diese Runenwörter hatten dann unterschiedliche Fähigkeiten und Buffs, die euren Charakter zugute kamen. Da gab es sehr, sehr seltene Runen und sehr, sehr seltene Runenwörter. Early Game Runenwörter. Da wisst ihr als Diablo 2 Profis wahrscheinlich sehr viel mehr als ich, weil Diablo 2 habe ich nicht so viel gespielt. Aber Runenwörter ist ein Ding, da freue ich mich extremst, extremst drauf. Außerhalb des PTR 2.0 sind Runenwörter ein Feature, auf das ihr nur mit der Erweiterung Besser of Hatred zugreifen könnt. Ich bin gespannt, ob das nur mit dem DLC reinkommt, ob das für alle drin sein wird. Ja, werden wir uns im PTR natürlich auch anschauen. Ich werde euch einfach mal ein paar Bilder als Beispiel reinpacken. Hier, Bug Travel 5 Meters. Ja, legendäre Rune of Inovocation. Replace your next evade with the source of teleport. Blinking further, dealing damage and becoming unstoppable. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass es da auch verschiedene Runenwörter geben wird. Das finde ich ultra, ultra spannend. Und es gibt unfassbar viele Runen. Also ich gehe hier gerade die Liste durch. Wie gesagt, wenn ihr euch das selber angucken wollt, geht unten rein. Das würde zu weit führen. Als Beispiel hier, Xol gewährt 150 Opfergabe. Nutze die Macht einer anderen Klasse. Okay, klingt sehr spannend. Bug hatten wir gerade. Yax gewährt 100 Opfergabe. Es gibt Runenherstellung auch beim Juwelier. Man kann insgesamt maximal zwei Runenwörter gleichzeitig nutzen. Und eine Glyphe kann nicht zweimal gleichzeitig ausgerüstet werden. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht viermal Bug nehmen oder sowas. Oder zweimal das gleiche Runenwort miteinander verbinden und sockeln. Sondern ihr könnt immer nur einzelne Unique Runenwörter nutzen. Und nicht zweimal das gleiche. Die ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man kann drei gleiche, wahrscheinlich einfach zu bekommende Runen miteinander verbinden, um eine andere Rune herzustellen. Ich würde sagen, das ganze Thema gucken wir uns dann nochmal live heute Abend im PTR an. Oder wenn es dann soweit ist, auch nochmal eine Sache, die extrem krass ist. Um einen mystischen Gegenstand beim Juwelier herzustellen. Das geht dann mittlerweile auch. Braucht man einen prächtigen Funken. Zehn legendäre Runen eines bestimmten Namens. Zehn seltene Runen eines bestimmten Namens. Und zehn magische Runen eines bestimmten Namens. Das heißt, es wird auch mystische Runen geben. Also das Äquivalent zu Uber Unix. Das wird auf jeden Fall ein Thema, Leute. Das wird so, so geil. Und gibt dem Ganzen, jedem Bild so eine extreme Variety nochmal on top. Das wird sehr, sehr cool. Runenwörter, ich glaube, da freuen sich die allermeisten drüber. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie hyped ihr auf die Runenwörter seid. Leider werden die Runen erst ab dem 6. September im PTR verfügbar sein. Aber das werden wir uns dann natürlich angucken. Es gibt einen PTR Boost, wo ihr ein paar Runen bekommt. Aber wir werden auf jeden Fall im PTR die Runen uns anschauen können. Runen werden wohl von allen möglichen Monstern fallen gelassen. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr doll gespannt. Und können natürlich auch gesteckt werden. Werden hoffentlich nicht das Item-Inventar komplett zumüllen. Aber Runenwörter, also das ist wirklich sehr, sehr cool. Der PTR ist natürlich für alle frei verfügbar, die auf dem PC spielen können. Oder vielleicht auf dem Steam Deck oder auf irgendeinem anderen Handheld. Für alle, die über den Battle.net Launcher sich einklinken ins Game. Ihr könnt euch den PTR runterladen und frei einfach reinspielen. Wird wahrscheinlich heute Abend um 19 Uhr losgehen. So wie immer. Und Leute, ich bin ultra, ultra gespannt auf Runenwörter. Auf die neuen Fähigkeiten, auf das neue Paragon Board. Auf die neuen mystischen Items. Und genau diese neuen mystischen Items, die will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich will nicht auf alle neuen Unix eingehen. Die wissen wir noch alle gar nicht. Aber die neuen mystischen Items müssen wir uns einmal reinziehen. Insgesamt kommen nämlich drei neue mystische Items rein. Für zwei Stück habe ich auch ein Foto. Die blende ich euch einmal ein. Und das dritte ist ein Polearm. Eine Klebe, die nur für den neuen Charakter zur Verfügung steht. Da kommen wir gleich drauf. Wir gucken uns erstmal hier die beiden neuen Unix Items an. Es ist wieder ein Helm und wieder eine Rüstung. Ich bin gespannt, ob der Helm jetzt besser ist als Harlequins Krone. Gucken wir uns den zusammen an. 200% Damage to Angels and Demons. Okay, bin ich sehr gespannt. 20% Crit Chance, 20% Lucky Hit Chance, 20% Movement Speed und Ränge zu Core Skills. Da ist in dem Bild hier jetzt gerade ein Greater Affix drauf. Aber wenn wir da 4 oder 5 oder sogar 6 rauskriegen mit dem richtigen, mit den richtigen Crits drauf. Sehr, sehr, sehr crazy. Give in to Hedrit and earn Lilith's Favor. Increasing your damage um 60%. Und slaughter enemies to briefly steal Lilith's Favor from nearby allies. Okay, was Lilith's Favor ist, wissen wir aktuell noch nicht. Wenn ihr es schon wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann haben wir noch die neue Rüstung. Plus 1 zu alle passiven. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie krass das ist. Aber alle passiven Fähigkeiten, wo jetzt auch noch 5 neue dazugekommen sind, kriegen ein Level on top. Das ist crazy, crazy. 111 zu allen Stats. 222 Maximum Life. Das ist ehrlich gesagt relativ wenig. 333% Damage zur nächsten Attacke. Nachdem ihr im Stealth-Mode wart. Okay, klingt als wäre das was für den Jäger. Und 16 Ressourcen-Generationen. Wenn du in den letzten 2 Sekunden nicht angegriffen hast, bekommst du Stealth und 40% Move-in-Speed. Das ist mega cool für den Jäger. Kann ich mir unfassbar gut auf dem Jäger vorstellen. Und jetzt haben wir noch den Polearm. Nesekim Seherald gibt 180-220% Damage to Elites. 4-6 Ränge zu Apex. Und jetzt haltet euch fest. 10 Ränge zu allen Skills. 10 Ränge zu allen Skills. Also das Ding, ich sage es euch, das Ding ist wahrscheinlich das beste Uber-Unic, was wir bisher bekommen haben. Dann nochmal 4-6 Level zu Diminishment. Weiß ja natürlich nicht, was das alles. Und alle 5 Sekunden wird ein Enemy markiert für den nächsten 1-10 Hits. Und markierte Gegner sind verwundbar. Und die Attacken dagegen sind immer ein kritischer Streit. Sind immer kritisch und immer am Überpowern. Das ist ja am Überwältigen meine ich. Das ist ja, das ist mega krass. Also die mystischen Items, dass 3 neue reinkommen, finde ich mega cool. Natürlich die hier, der Polearm ist komplett broken für die neue Klasse. Aber auch mit dem Helm und der Rüstung, sehr cool. Ich hätte mir natürlich Schuhe gewünscht oder eine Hose, weil wir das ja noch nicht haben. Aber ey, ich bin absolut fein damit. Umso mehr mystische, beziehungsweise Uber-Unics wir bekommen, umso happier bin ich. Ich habe hier natürlich noch nicht alles zusammengefasst, was mit reinkommt. Aber zumindest mal die overall wichtigsten Sachen. Wenn ihr live dabei sein wollt, dann schreibt auf jeden Fall mal Twitch ab. Da bin ich jetzt heute Abend live und werde mit euch zusammen in Season 6 reinschauen. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.